Hat sich das dann auch in der Fängnis gemerkbar gemacht? Hast du durch deine Popularität irgendwelche Vorteile genossen? Ne, nicht wirklich. Also es gab natürlich ein paar Jungs in der Klasse, die mich kannten und so. Das war auch alles cool, aber es lief alles auf Respekt immer. Ich grüße auch alle aus dem Knast, wo das gerade über die Smartphones sind. Smartphones sind ja bei dem Knast. Ja, da gibt es echt.